Willst du wissen, was im Kästchen ist? Dann musst du es aufmachen. Grüß Gott, meine Lieblingskinder! Heute erzähle ich euch das Märchen Der goldene Schlüssel. Zur Winterszeit, als einmal ein tiefer Schnee lag, musste ein armer Junge hinausgehen und Holz auf einem Schlitten holen. Wie er es nun zusammengesucht und aufgeladen hatte, wollte er, weil er so erfroren war, noch nicht nach Hause gehen, sondern sich erst ein Feuer anmachen und ein bisschen wärmen. Da scharrte er den Schnee weg. Wisch, wisch, wisch! Und wie er so den Erdboden aufräumte, fand er einen goldenen Schlüssel. Nun glaubte er, wo der Schlüssel wäre, müsste auch das Schloss dazu sein, grub weiter und fand ein eisernes Kästchen. Ei! dachte er, wenn der Schlüssel nur passt, denn es waren gewiss wunderbare und köstliche Sachen darin. Er suchte, aber es war kein Schlüsselloch da. Endlich fand er doch noch ein ganz kleines und probierte und der Schlüssel passte gerade. Da drehte er ihn einmal herum. Und nun müssen wir warten, bis er es vollends aufgeschlossen hat. Dann werden wir sehen, was darin liegt. Ende der Geschichte Vielen Dank fürs Zuhören. Mögen in deinem Kästchen genau jene Sachen sein, die du brauchst.